das ist eine gute frage ich hätte den angenommen weil du machst ja immer bei den anderen freunden den hacker oder bei der demo haben wir sehr abwechselnd gemacht und da fand ich den da irgendwie entspannender du willst also nur chillen sagt ja ich will ja guck dir doch mal an hier ich bin le hacker ich bin so gut im menü bei mir ist dieser große rote kopf von dir mit dieser riesen frisur schon vorhanden bei mir ist jetzt ein komisches kinder ein viraler raub in rotterdam in niederlande das ist die demo ich glaube auch kann man sehen was sich alles geändert hat we can't let this biological weapon fall into the wrong hands today vanderburg is out of the country on a business ich meine die hört dich die hat den stream offen also steffi macht den rasen springer rein was ist das guckersuche guck mal bei dir solltest du keiner also ich habe dein twitch nicht offen ja ich habe meinen twitch offen ja ich habe deinen habe ich auch offen aber klein habe ich es gemacht okay dann verbale kommunikation ich darf nicht zu dir rüber gucken irgendwie kriegen wir das hin ich hoffe dass jetzt die maus richtig eingestellt ist ich bin der hacker wo bist du ich bin ich bin gleich im netzwerk oh nee die ist ein bisschen arg schnell wir wollen zum penthouse ich erzwinge mir meinen zugriff oh yeah wow du bist überhaupt zurück weihnachten oder wir zu sommer ich habe auch noch helloween wie kann ich mich ich kann mich nicht hinsetzen schade ah ah nee tschuldigung ich könnte den sicherheitssitz suchen mit dem notstopp soll ich das mal machen hast du das nicht gerade gemacht nein ich habe den notstopp aber dann kann ich den sicherheitssitz suchen ne 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 mach das mal lieber nicht ich glaube dann ist auch was aber du kannst es natürlich mal versuchen lass mich noch gucken was ich außer kameras habe äh tresor raum ach der ist zu ok ich gehe wieder in die kameras ich darf nichts machen schade inkognito modus bis gleich da die ist für andere systeme gebrochen ok nein aber moment kurz ich muss das machen sie hat sich verschrieben siehst du meinen text siehst du meinen text an der tür ha ich gucke überall rum time to play game nein guck mal da bist du register no id error na ich habe doch auch nichts machen also ich gehe einfach mal hier durch das sind komische lichter wer hat bitte solche lichter ich sehe es nur auf den schwarz weiß kameras und siehst du aus wie große schaumbollen ne ja sozusagen wo lichter rauskommt oh sie hat sich bei piu piu verschrieben nein puff puff wo bin ich ich sehe ein aquarium ok passcode eingeben Hilfe ihres partners anformer Hilfe ihres partners anformer ich hätte es auch ablegen können das ist eine txt datei das ist eine txt datei ok ich bin nach oben ne ich weiß nicht warte ich bin warte ich drück mal w ich bin der grüne ah wir sind beide der grüne ich kann nur nach oben achso wir müssen hier hoch ok ja wir haben es dann gekriegt achso ich sehe dann immer wo wo wir hin müssen ok achso nicht ich darf nach oben und den waa 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 doch da hoch ein bisschen mehr ja aber du machst es schnell ich oh 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 ok was kommt jetzt oh 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 ich wollte lenken ah wir müssen runter oder hä warum willst du jetzt hinten durch weil es besser ist oder es nimmt sich nichts ok aber du musst auch mal abbremsen ich kann nicht ich kann nur mit ja du musst ich kann du kannst abbremsen nein ich kann nach links und rechts ja ich kann nach oben und unten ja siehst du wie soll ich da bremsen wie soll ich da bremsen warte ich probiere oben rum das war so scheiße nein aaa 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 da hat dein weh gefällt aaa 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 wir sind nämlich langsamer ooo aber ja ok das ging mal hin ja gut so sehr musst du nicht nach unten ok wir gehen unten rum und jetzt hast sie los ooo alter Ich finde 44, das ist die Arbeit. Oh, ich habe ein neues Netz mehr. Resortung. So. Was gibt es denn noch so? Hier ist ein Serverzugang, Sicherheitssystem. Gibt es denn noch irgendwas? Alles mitnehmen. Du hast verborgene Auslöser am Boden. Am Boden? An LeBodden. Du hast so eine große Platte mit Wrappen. Da müssten zwei Auslöser sein. Du siehst wahrscheinlich. Ich sehe links. Komm mal rein. Ich sehe dich gar nicht. Wo ist ein Raum? Mit Gitter? Ah, du bist noch im Aquarium. Okay. Ach, ich habe deinen Kopf gesehen. Ja, ich bin hier. Renn noch mal ein Stück geradeaus. Okay. Direkt. Okay. Du gehst gerade zur Kamera her, ne? Jetzt gucke ich zur Kamera. Also ich kann genau vor deiner Kamera stehen. So. Ja. Rechts von dir sind die Auslöser. Also wenn du da die Treppe lang läufst. Hier? Ja, weiter, weiter, weiter. Rechts von dir. Genau. Da war ein. Da müsste einer sein. Die beiden verborgenen um die Sicherheit stationen. Ah, hier. Da. Genau. Und jetzt einfach geradeaus die Linie bis zur anderen Seite der Raum ist auch nochmal einer. Ja. Lasererkennungssystem wird hochgefasst. Moment, warte, wir haben Laser. Was zum Geiler. Bin auch schon vorsichtshalber rausgegangen. So, dann gehe ich doch mal. Ach du Scheiße, muss ich den Moment. Ja, ich, äh, das muss jetzt schnell gehen, Patrick. Bist du die Laser auch? Ja. Äh, geh doch mal in das Eck. Äh, das hier, genau. Was habe ich? Was brauche ich? Ähm. Ach fuck, ich komme da nicht ran so schnell. Warte, ich. Es ist angegangen. Fuck mich nicht, wieso? Es läuft durch. Ja, ich mach das gern. Wert wird zurückgesetzt. Okay. So. Blau 190. 90 habe ich? Ähm, ja, das läuft durch. Okay. Recht zurückgesetzt? Ich konnte nichts machen. Ich habe nur einen Pfeil, den ich auf irgendeinem Wert setzen kann. Ich habe nur eine Blau 190 da. Okay, dann machen wir jetzt das hier. So. Okay. Blau 3500. Ah, ich muss hinhalten. Jetzt habe ich es. Tag an mir. Okay, dann warten wir, bis das hier weg ist. Dann haben wir da wieder Fehlzeit. So. Dann ist hier Blau 48. Oh Gott, jetzt haben wir gelb und blau. So. Gelb 6,2. Blau 3. 6,2. Ja, komm, mach. Mach. Erwollt. Ähm, ja. Jetzt müssen wir kurz hoffen. So. Dann. 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 Ich hab mir jetzt das da hinten angenommen. Das war mir irgendwie. Ach, geil. Naja. Welcher Farbe willst du anfangen? Gelb oder blau? Die. gelb ja okay gelb 6,8 blau 3 die steuerung ist komisch ich muss an den pfeilen ziehen das ist der oh gott jetzt haben wir drei kaufen so dann ist es hier blau 190 gelb 198 lila 182 100 was 82 ja die pfeile weigern sich ja 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 muss ja noch vorlesen schwer genug so ich fange wieder von links an das ist blau 205 192 181 liter 181 jetzt noch eine wäscherfahrung kommt dann gebe ich mir die kugel so verbindungen zu den tressoren was brauchst du von mir aber sogar ein zugangscode server zugangscode 8 8 8 1 ich glaube wir sind gleich drin pass auf ja server zugang oh gott ich stehe auf nein also stimmt ich musste hier malen oder so ich mal gleich unter dir ich weiß nicht ob da irgendwas ist ist da irgendwas oder nicht mal vor dir momentan ist gar nichts so jetzt ist da eine komische gewidderwolke ich weiß nicht wo sie ist aber ich würde dann jetzt ist sie gleich dann ist sie kommt zurück ok jetzt wird es jetzt zeichnet geradeaus wo ich hinko ach so da war die gewidderwolke sorry direkt neben mir die fährt da hin und her jetzt aber wenn sie zurückkommt kannst ja ich bin ich bin schon weg verschwindet gleich wieder okay die beiden gehen parallel zueinander ein bisschen weiter hinter ist die andere geht das kommt gerade an ihr vorbei so wie es aussieht die andere die kommt versetzt die kommt jetzt zurück okay na komm schon die mit der zeit weg ja also wenn die zu fahren gehen die weg okay ich habe eine idee setzt das mal sind ja zwei felder das ding setzt das mal geradeaus neben der anderen wand du hast ja immer einmal rüber und dann lang längs manchmal zwei felder davon links einfach geradeaus ne die nicht die andere seite 90 grad ja genau da einfach mal geradeaus genau weil das wird nicht gelöscht so jetzt sind wir schon mal hier jetzt müssen wir nur irgendwie warten bis der da vorbei ist und jetzt ganz ganz schnell da direkt vor meinem allen und jetzt geht es gibt es gibt gibt es gibt okay so weit so gut oder der fattst du ich okay ich mach mir kurz eine linie damit ich weiß der ist relativ flink und auf der anderen Seite ist auch relativ... Oh! Wie bitte? Der hat mich gestreift, ich darf nicht so gucken, okay. Okay, ich kann mich also hier rüber führen. Oh ja, schnell. Der andere kommt, der andere kommt, los, uh! Ach nee, halt, da lang! Ich durfte die Überschrift über dem Tor nicht lesen. Jetzt muss ich gucken, welcher das Save das Virus-Genome hat. Serverzugang entsperren bitte. Lage für Patente und Prototypen. Partner sichtet den, der direkt in der Mitte. Einer drüber, sozusagen. Was ist der hier? Ich seh' dich nicht, ich hab's jetzt erst... Okay, dann ist es zu gut. Wir brauchen einen visuellen Schlüssel. Oh nein, ich seh' gar nix. Also der... Das war der oben in der Mitte. Ober der Reihe, direkt in der Mitte. Ja, ja, aber ich... Warte mal. Ich seh' halt nicht was... Ähm... Ähm, was siehst du gerade? Äh, ich seh' so'n Gitter, wo ich jeweils das X und die Rahmen ausfüllen darf. Okay, mit A, B, T. Okay, C1, äh, von C unten nach C oben Richtung 2. Ein rotes. Okay. Und dann, äh, zwischen B und C, die 2. Der Strich, oder wie der Garde? Der horizontale, okay. Ja, genau. Zwischen B und C halt, der Strich da. Aha. Dann, ähm, von dem... Richtung... Also zwischen B und C den Strich hinten an der 2, Richtung 3 von... Also der Querstrich zur 1 hoch. Ich hoffe, du weißt, was ich meine? Okay, Moment, wir haben den... Von 2 B unten, oder B2 unten, äh, unten rechts. Der Strich nach... Richtung B1, äh, oder A1 hoch. Also es ist ein Strich von rechts nach links nach oben. Genau. Ah, okay, dann weiß ich nicht. Und, äh... Du musst mir dieses Kästchen sagen und dann, also... Okay, D4 hat oben... D4. D4 hat oben und, äh, links ein Strich. Oben und links die geraden Striche, ne? Ja, genau. Okay. Sieht aus wie ein Predator-Ziel-Ding. Was war's das? Achso, äh, ich hab ihn. Achso, jetzt... Ah, wenn ich verbinden... Äh, achso, jetzt sehe ich auch das, was du gemacht hast. Äh, ja, das... Sind wir sicher, dass es der richtige visuelle Schlüssel ist? Ja. Oh, wir sind jetzt Kanada. Ja. Oh, wir sind jetzt Kanada. Ja. Oh, wir sind jetzt Kanada. Ja. Vancouver. Stopp. Freightech-Verdachtsfall. Ich find das cool. Wie zeigen wir die Welt von oben? Spannende. Uff, wo Akku-Pumps? Glaub ich? Kanada... Wir müssen mal kurz... Wir müssen mir dann die Story erzählen. Wupp. Das hab ich hier nämlich nicht eingemachen. Ja. Nimbus-Werkopptik. Was hast du angemacht, dich vor? Na, gewohli. Ja, da im Boot chillt die ganze Zeit. Ich hack hier Nimbus Weboptics. Glock gleich drin. Okay, was kommt zu? Erstmal Zügeverzwinkt. Schön drinnen rumklicken. Bist du im Keller, Ebene 1, Ebene 3, Aufzüge? Ja. Ja, das finde ich schön. Gehen wir mal im Keller. Überwachungskameras im Keller, guck. Ah, hier ist eine Überwachungskamera bei mir. Das ist irgendwie Rezeption. Okay, dann bist du nicht im Keller. Ebene 1. Okay. Dabei dazu gehört Überwachungskamera. Erstmal da rein. Erstmal finde ich dich. Oh, guck mal, da läuft jemand. Oh. Das bin ich nicht. Ich seh deinen Heater an. Wow. So. Okay, du wirst... Was muss ich hier machen? Leider ist deine virtuelle ID in diesem Bereich nicht autorisiert. Mitarbeiterzugriff. Du musst mir sagen, was ich tun soll, ne? Brauchst du eine Mitarbeiterdatei? Ich hab hier eine Tür. Leider ist ihre virtuelle ID in diesem Bereich nicht autorisiert. Das ist alles, was ich seh. Okay, eingehender Kommunikation vom Partner. Ähm, neues Profil. Callcenter Agent? Okay, zustimm. Okay, ich glaub, die ist nicht in den Serverraum. Wahrscheinlich so ein Anzug. So. Das heißt, ich komm wahrscheinlich nicht zum Hauptserver, kann aber zum Callcenter. Wenn ich... Callcenter Agent bin. Was mir... Was mir ein bisschen minimal fehlt, ist... Äh, ne Karte. Ich weiß, wo ich geh. Ich hab auch keine Frage. Ich hab jetzt aber echt nicht. Ja. Okay, wenn du einen Serverraum hast, sag mal Bescheid. Oder, äh, musst du... noch ein paar Türen öffnen oder so. Nö, ich komm ins Callcenter rein jetzt. Aber ob ich hier irgendwas machen kann? Äh, heute... Das ist heute deine Arbeitsstation. So, ich bin an deinem Rechner. Plus fünf Punkte aller Anrufe nach dem 20. Okay. Okay. Ich hab hier ein Mitarbeiterprotokoll. Ich kann bestimmt einen suchen, der... Empfänger Hausmeister. Denkst du, der kommt im Serverraum? Oh. Ich... Ich weiß es nicht. So. Ah, ne, ist Empfänger. Ah, hallo. Meine Ziele. Ich muss hier irgendwas machen. Ich mach das mal. Das kann ich hier oben angeben. Ah, Systeminformation. Server-ID. VMS-00. VM-ID. Ich weiß nicht, was du brauchst. Und nur schwarz. Oh, dankeschön. Ich mach hier mal einen Vertriebsanruf. So. Oh, nur wen. Oder ich... 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 Gucken. Ich... Aufzüge. Anrufarchive. Ach, du gute... Ich hab... Also, wenn wir einen Aufzug brauchen, dann... Äh... Brauch ich die Seriennummer von dem. Wo bist du hier gerade? Du bist im Callcenter jetzt? Ja. Ey, wenn du wüsstest, dass ich ja alles... Ich hab meinen Haufen Geld für diese Brille hingelegt. Und sie funktioniert nicht. Null. Totale Fehleranzeige. Ich hab sie nicht einmal benutzt. Das ist bedruckt. Hallo, Job. Gut, fangen wir ganz von vorne an. Haben sie die Brille eingeschaltet? Hahahaha. 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 Hast du eine Termin-Datenbank-Arbeitsstation-ID? Hast du sowas? Hab ich auf uns gesagt. Hab ich. Ja. Sag mal. Ähm... Also, meine VM-ID. Desktop... Minus ein... Müsste drei Stellen sein, oder? Arbeitsstation-ID. Ja. 774. Jupp. 992. Kann ich die Datenbank bearbeiten? Nice. Ähm... Crazy Camp. Abteilung auswählen. Technik-Zentrum. Einkaufsabteilung, Marketing, Rechtsabteilung, Hausmeister, Personalabteilung. Ähm... Ich nehme die Technik-Zentrum. Ja, mach mal Technik. Uhrzeit, wie viel Uhr haben wir? Weißt du das? Ähm... Ähm... Ich sehe unseren... Ich... Ich... Achso. 5.08. 5.08. Steht unten bei mir. Ich weiß nicht, ob das... Bei mir halt nicht. Achso. Okay. Äh... 5.08. Ich gebe dir mal 5.30 Uhr den Termin oder 5.00 Uhr den Termin. 5.00 Uhr. 5.00 Uhr. Uh... Meeting im Technik-Zentrum. 5.00 Uhr. Okay. Hast du jetzt irgendwie auf dem Boden irgendwelche... Nope. Keine Ahnung. Überhaupt nix. Aha. Äh... Wir machen so. Suche weiter nach dem Haupt... Technik-Zentrum. Ich... Genau. Ich muss erstmal in Ebene 1. Ein Aufzug in der Nähe. Ich bin im Aufzug. Aber alles ist verweigert. Äh... Hast du mir ne ID für den Aufzug? Irgendwie. Serien... Ah... J... D... U... Äh... Die ist immer gleich. Ich brauche äh... Die Mitte. Ah... Okay. 7... 7... 7... 8... 4... 0... 2... Wir wollen dich auf Ebene... Der Haupt-Server war Ebene 3. Aber Technik-Zentrum wäre Ebene 1. Haupt-Server-Raum. 3? Äh... Wahrscheinlich nicht, oder? Äh... Wir müssen... Hä? Ebene 3 war... Richtig. Ähm... Netzwerk-Knoten... Code. Wenn du einen findest. Sonst müssen wir dich erstmal auf Ebene 2 bringen. Weil die ist bei mir auch noch gesperrt. Äh... Oh, hier ist was. Wieder so ein vierstelliger Netzwerk-Knoten-Code. Äh... Zugangscode meinst du, oder was? Ja. 4... 7... 1... 8... Nein... Schon sind wir in der Ebene 3. Äh... Überwachungshänder? Ich habe Forschung und Entwicklung und Hauptrechner-Netzwerk. Gehen wir erstmal da rein. Äh... Ne, da brauche ich eine IP-Adresse. Wir müssen durch Research & Development zum... Ha... Äh... Zum... Ja, warum? Ich habe die Sicherheitsdro... Sicherheitsdroh... Sicherheitsdroh... Weißt du? Äh... Äh... Moment! Du willst mich töten, oder? Ich habe eine kleine Mini-Karte! Vom... Vom Netzwerk, oder was? Äh... Rezeptur... Müsste es in der Rezeption beim Aufzug stehen, ne? Und da müsste jetzt eine Drohne direkt vor der Tür sein. Kann das sein? Oder kannst du durch die Türen durchgucken? Ich... Kann hier nichts sehen. Ich sehe R&D, ähm... Labore. Genau. Oh, oh. Was? Was hast du gemacht? Ich habe eine Tür geöffnet, dass du durchgucken kannst. Okay. So. Nochmal zum... Dings, oder hast du das noch? Äh... Ich bin jetzt... Ah, du bist noch dran. Ich habe die Karte. Ich sehe zwei Drohnen. Ah, hier sind die... Ah, hier sind die Überwachungsmonitore. Okay. Ich sehe die Drohnen. Okay. Äh... Ich sehe sozusagen die... Äh... Wie sie fahren. Und jetzt sind beide im selben Raum. Ja. Okay, äh... In dem Moment... Oh Gott. Also, ich muss es kurz erklären. Wir haben die zwei Räume vor dir. Ja. Ähm... Das ist einmal irgendwas mit drei Tischen drin und einmal was, was aussieht wie eine Küche. Da fährt die eine Drohne durch. Macht erstmal einen Kreis und dann fährt sie im anderen Raum und macht da einen Kreis, ne? Ähm... Und die andere, die fährt sozusagen in dem zweiten Raum, wo die Drohne ist, äh... Sagt mir einfach, wo ich langen muss am besten. Genau. Wir müssen einen... Du musst einen... Wenn ich sag... Wenn ich dir die Tür öffne, einfach kerzengerade durch. Okay. Durch... Bei... Also durch die eine Tür, die ich dir aufmache, durch noch eine Tür, an Tischen vorbei, durch nochmal eine Tür. Okay. Probieren wir das mal. Die Türen sind weiß, in dem Sinne müsstest du eigentlich durchrennen können. Okay. Ah, die ist bei mir rot. Und... Nope. Okay, weil sie noch im Raum war. Okay, das muss recht... Okay. Gut. Du bist noch drinnen. Gut. Äh... Okay. Falls die Tür auf geht, einfach gerade durch. Kannst du nicht irgendwie abschalten oder so? Nein, ich kann nicht drauf drücken. Das ist... Wo bist du? Bist du im zweiten... Bist du durch? Bist du durch zwei Räume drücken? Gut. Das heißt, du bist in dem Raum. Das ist ja schon mal etwas. Jetzt kannst du... Kann nicht mehr da raus. Hier ist Aufzug anscheinend und auch so Betrieb. Wie bitte? Ja. Jetzt bin ich verwirrt. Warte mal. Ich bin zweimal geradeaus gelaufen. Ach du Scheiße. Ja, okay. Jetzt bist du in dem Raum. Jetzt müssen wir warten, bis die pinke Drohne wieder da ist, dass du durch die anderen zwei Räume kannst, wo die pinke Drohne durchfährt. Oh du Scheiße. Also... Hä? Ja, sag mir, wo ich lang muss. Du bist durch den einen Raum gelaufen. Oh. Okay. Okay. Also... Es ist schwerer zu... Es ist schwerer zu erklären, wie es ist. Du läufst wieder in diesen einen Raum. Geradeaus? Zweimal? Genau. Geradeaus zweimal. Da bist du erstmal in Sicherheit, wenn du nicht gerade durch die Tür schielst. Ne? Ich wusste nicht, dass die aufgeht. Und... Jetzt. Ja. Das ist... Miss G rulers dazu. Ich habe bisher nie gehört, bevor ich hier in Deutschland... Du musst dir das genau vorstellen. Die... Äh... Die eine Tür, die ist Trevor Pyster als Ausrsurfuhr, wichtig. In den Raum wollen wir. Das ist sowieso der Raum direkt neben dir. Yup. Dafür musst du dann einen U schlagen durch die anderen zwei... Ahh... Durch den Raum, wo du gekommen bist. Aber dann musst du, wenn du raus gehst, dann stärker nach links durch die Tür. Okay. Und wenn du da dann in der Tür stehst, musst du wieder nach links. Also jetzt hier nach links und gleich wieder nach links. Genau. Okay. Aber ich muss jetzt noch abschätzen, es ist irgendwie zu. Irgendwann schaffen wir das. Lass mich kurz mal gucken, ob ich eine Steuerung oder so bekomme. Gar nichts. Wie kommt Steuerung? Guck, also ich wirklich nur, dass ich dich da durchlotsen muss. Jetzt kommt die in den Raum, wo du durchgelaufen bist. Dann geht die wieder zurück und dann geht die, ich sag mal, Küche. Was auch immer das ist. Sag mir einfach, wenn ich loswenden soll. Mach dich bereit, mach dich bereit. Das war, ne, bescheuert, ja. Ich muss dich durchlotsen, wenn die in dem einen Raum ist. Aber dann nicht zu schnell. Dann geh bis zur Tür gleich. Warte an der Tür. Genau, warte an der Tür. Und dann gibst du mir wieder Bescheid, dann gehe ich da durch und wieder nach links. Jetzt zu der Tür. Okay. Bis zur anderen Tür? Ja. Jetzt durch den anderen Raum, los. Nein. Aber jetzt weißt du, wo wir lang müssen. Das ist doch gut. Okay. Oh, schade. Mach einfach auf, wenn ich los kann. Aufregend. Wenn ich mal der Typ da laufen muss. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Okay. Bist du durch? Ja. Okay. So, die erste Tür. Ach so. Okay. Und jetzt geht's los. Okay. Bin durch. Und dann müsstest du eine Tür rechts unter dem Hauptrechner. Darf ich da einfach so rein, weil... Ja, die ist grün bei mir. Mehr hab ich auch nicht. Ja, aber nicht, dass da irgendwas dahinter ist. Das mein ich... Ausgegraut. Ich seh nix. Kann ich dir irgendwie Zugriff geben? Das ist eine gute Frage. Okay. Ob Netzwerke... Hast du eine IP-Adresse? Virtueller Dietrich... Nee, ich hab nichts... Also ich hab jetzt nur Virtueller Dietrich. Hilfe ihres Partners anfordern. Oh ja. Zustimmt. Mach ich auch mal. Virtueller Dietrich wird geladen. Äh... Ähm... Da, fuck. Moment, Schloss. Du hast auch einen Kurzschluss bei Kontakt. Okay. Nee, du musst davon wahrscheinlich den Dietrich machen. Oder? Äh, ich kann... Oder rechts den Dietrich? Nee, das ist, äh... Ich such gerade meine Stifte des Hackers. Das sind deine Stifte. Ich hab keinen Hacker-Stift hier. Oh! Ja, siehst du? Okay, mit Rechtsklick. Mit Linksklick, aber... Nee, mit Rechtsklick. Bei mir. Ich sag ja nur, bei mir ist es mit Linksklick. Und wahrscheinlich bei den Blöcken. Hey, jetzt muss ich. Achso, jetzt musst du? Äh, Moment. Die gehen... Bei mir ist es auch hier mit Linksklick, ne? Oh! Das wird jetzt witzig. Das wird jetzt witzig. Das wird jetzt witzig. Das wird jetzt witzig. Das wird ja eine Dietrich. Das wird ja öh. Okay, wir dürfen. Okay, wir dürfen. Das war mir. Hast du jetzt einen IP-Adress? Nein, ich bin gerade erst mal in Zufall. Nein, ich bin gerade eine IP-Adresse. Machst du wieder Unfug. So, Server geschützt. Hopp. Oh, Hauptkonsole. Nice. Ähm, IP-Adresse. 176. Äh. Okay. 214. Hm? 200. Hm? 181. Karabinböden. Sehr nett. Backdoor öffnen. Warte, drei Bedrohungen und schon ist das Scheißding weg, oder was, ey? Ich wechsle das Netzwerk. Okay. Hä? Muss ich dir's? Ich bin gerade gegen die Wand. Host-basierte Firewall. Firewall analysieren. Ich bin gerade gegen ein Gitter gefahren. Welche Firewall? Ich brauch Zahlen. Ich brauch Zahlen. Eindringling erkannt. Analyse-Ergebnis. Firewall-Subtyp. Äh. Trau- Äh, äh. Zahnrad-Sonne. Das sind vier Zahlen. Ich hab keine Zahlen. Ich hab Zahnrad und Sonne. Aber dann kann ich dir nicht helfen. So, was soll das? Äh, ja. Ich akzeptiere und, ähm. Hallo? Also irgendwas mit 0104 oder 0101 oder was auch immer. Aber ich brauch Zahlen, damit ich die Firewall ausschalten kann. Ich wieder zurück. Äh. Ich hab wirklich gar nichts. Ich hab wirklich... Partner greift... Äh, Hilfe. Ja, ich weiß halt immer noch nicht welches... Ach doch, das sind... Oh. Warte. Doch, Entschuldigung. Okay, was hast du? Äh, Zahnrad links und Sonne rechts. Zahnrad links und Sonne... Jetzt muss ich das durchgehen. Zahnrad links... Zahnrad links... Jetzt nicht, aber so ungefähr. Zahnrad links... Zahnrad links... Zahnrad links... Benutzer blockiert... ...Binutzer blockiert. Zahnrad links und Sonne rechts 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 und Sonne rechts. Bitte? Oh, bei mir geht es weiter, meine Achterbahn. Desinfektion befundene verdächtige Dateien werden in Quarantäne verschoben. Verdächtiges Element. So, was siehst du gerade? Ich habe vor mir ein blaues Gitter. Links und rechts von mir sind Türen, auf die ich zugreifen kann. Da würde ich jetzt mal einfach klicken. Ich gehe mal links. Ja, genau. Okay, und jetzt... Ich weiß nicht, wo du hinguckst. Ich habe ein blaues vor mir. Direkt ein blaues Tor. Okay, dann die Tür rechts von dir. Okay. Blaues vor mir. Dann hinter dir. Da ist auch noch. Ist noch eine. Blau wieder vor mir. Blau vor dir. Dann die Tür links von dir. Bin ich jetzt gerade in der Quarantäne oder was? Blau wieder vor mir. Moment. Ja, blau. Dann links von dir. Dass es so über dir aussieht. Wie ein Labyrinth. Blau wieder vor mir. Ich glaube, ich würde da fressen. Nein, ich habe dich wieder hergestellt. Oh, du hast mich wieder hergestellt. KI-Wächter. Wo ist er? Da ist er. Äh, Kontrollpanel. Ich fühle mich wie in einem Atari. Ja, ich brauche irgendwelche Symbole. Bedrohung aktuell analysieren. Äh, ich brauche... Es ist eine Pyramide mit einem Kreis oben drin. Ohne, dass die Pyramide ausgefüllt ist. Das ist so lektig. Wird neu gestartet. Okay. Komm wieder in den Atari rein. Ich bin tot. Bedrohung analysieren. Moment. Äh, Kreis mit dem Triforce. Wahrscheinlich das dann. Ach nein, das da war es. Ach, fuck. Ah, ich vergleiche. Es gibt zwei mit einer Pyramide drin. Ja, aber Triforce ist der mit der Pyramide mit der Pyramide drin. Ja, gut. Ach, nö. Oh Gott, müssen wir alle drei Sachen wieder machen? Ah, nee. Ist der KI-Wächter. Ach so. Ja, echt? Ja, ich bin wieder an Atari. E. Okay, und los. Ja, ich muss erst... Ich muss erst... Los! ...einmal analysieren. Ja, komm. Äh, Kreis mit Triforce. Okay, der hat noch mit zu dir. Ja, wird zurückgesetzt. Wird neu gestattet. Komm wieder rein. Betriebsbereit. Boah, mit einer VR-Brille wäre das geil. Wahrscheinlich. Äh, Kreis mit einem umgedrehten Dreieck und zwei Bobbeln. Ja, genau. Das habe ich nämlich vorher ausprobiert. Wollte erst Topf sagen. Zugehoffen Hauptrechner in 4, 3, 2, 1. Die arme Tracy Camp. Irgendwie leid. So? Naja, bei dem, äh, mit der Firewall und so von wegen. Ja, ich übernehme volle Verantwortung dafür, dass das weitergeht. So, okay. Aber Tracy... Mikrochip-Zip wird gescannt. Vertraue dich, Mikrochip. Ja. Vertraue dich, Mikrochip-Zip wird gescannt. Du, 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 du. Transfer the Microchip-Records? Confirm. Vertraue dich anfordern. Äh, äh, warten auf Extraktion. Ja, aber hier auch. Partner wartet auf Extraktion. Äh. Das ist nicht so. Wart auch auf irgendwas. Ach so, ich muss. Hm, Remote-Verbindung auf ein Sicherheitsrisiko. Bei den USB. Oh, ich bin raus. Genau. Ich muss dich raus schießen lassen, anscheinend. Wir sollen schnell raus. Äh, was muss ich tun? Da hilft deinem Partner bei der Flucht. Kellerausgang. Ja. Keller? Was, wo lang Kellerausgang? Technikabteilung? Keller würde ich mal sagen, oder? Okay. Äh. Ach, guck mal hier. Äh, okay, du bist nicht im Aufzug. Im Aufzug, ich seh's gerade. Ich fahr noch... Den Kameras seh ich gar nichts, also... Doch, da oben bist du doch. Ja, nee, ich mein, äh... Ich mein, ich seh gar nichts von irgendwelchen Bösewichten oder so. Okay, ich bin im Keller angekommen. Da ist der Abfallgeschütz. Äh. Lass mal. Moment, Moment. Bevor du irgendwas aufmachst, da ist ein Geschütz. Moment, hier kurz. Äh. Wo bin ich? Wo sind wir? Ah, hier bist du. Okay. Kann ich den hier irgendwie grüßen? Nee. Ähm. Muss nur, ich hab so viele Kameras. Ähm. Da ist ein Geschütz im... Ah, Manuela. Manuela ist auch gerade geschützt derzeit aus. Oh, das ist super. Es ist also aus, ich kann weitergehen. Ja, geh mal einfach weiter. Ich bleib mal in den Kameras. Da ist irgendwo ein Laser, den ich sehe. Ich glaub, der kommt bestimmt von der... Von dem Geschütz. Find ich grad nicht mehr. Moment, ich such dich gerade. Da sind auch zwei Schlüssel an dem Tor vor uns. Ich. Ah, da hinten bist du... Soll ich jetzt hier einfach mal reingehen? Wollen kann ja nicht schief gehen. Oh. Äh. Manuel, außer... Nein. Ist er auf Abwehrmodus. Nein. Äh. Okay. Manuel, außer Kopf setzen. Jetzt kann ich's machen. Äh. Manuel, um Modus. Äh. Ja, ja. Ich schieße dich schon hier ab. Das? Da ist ein Messer. Ja, was... Du müsstest mir schon sagen, was ich tun soll. Ich seh doch. Ich seh... Ich bin nur... Okay, ich hab hier irgendwie ein elektrischer Viewer. So. Das ist ein ELV-Pluggen. Geh mal weg. Ja, ich muss hier irgendwas downloaden. Oh, okay. Moment, ich geh mal aus der Kamera. Äh. Okay, elektrisches Relay und elektrisches Relay. Hier oben... Äh, kann ich irgendwas pingen oder so? Äh, neben dem... Wo ich... Aha. Ja, ja, ich seh dich. Okay. Einmal ist hier ein elektrisches Relay. What? Es ist lahmarschig. Also, ich zeig's dir nochmal. Hier, wo ich draufstehe... Oh, okay. Ist ein elektrisches Relay-Pumper. Nummer eins ist... Immer noch? Nee, das ist jetzt kaputt. Okay. Und eins ist da oben neben der... Rechts neben dem... Was auch immer das ist mit dem roten Licht drüber. Äh, da? Also... Nein. Hä? Ich seh keinen... Ich hab schwarz-weiß. Ähm... Meinst du hier? Äh, nein. Hier oben. Genau über mir. Über dem Geländer. Nee, du schießt links von mir. Schießt links von mir. Genau über mir sozusagen. Genau. Ah, okay. Wir sind jetzt offen. Oh, ich glaub, wir haben's. Wuhu! Ja, der musste sein. Die Frisur. Diese Frisur! Oh, nee. Dieser Bart! Hey, wer ist... Ach, das ist die Leute. Ja. Vector Detector. Hackers ID. Cypher. Mission completed. Hübi continued. New Cypher. Cypher, der sich da reingehackt hat. Oh, Afrika. Schnell drückst du da drauf? Sehr schnell. Wir müssen das auf Rädern... Oh, wir gehen in einen Zug. Ich mag Trains. Oh, ich mag Turtles. Guten Morgen, Agents. Wir müssen das anbieten. Cypher. Ich habe ihn auf der Dark Web... und herausgefunden, dass ein krokodischer Industriel... called Jay Brenning... erhielt Cypher für die digitale Assassination... of several Kompetitorinnen. Die Hitliste ist geschlossen, um Cypher zu Cypher... während Brenning's Train-Kommute. Deine Mission heute ist, diesen Train-Kommuten... identifizieren Jay Brenning... among the Commuters... und interseite die Transfer der Hitliste. Good luck. Ich sehe auch gar nicht auffällig aus... mit meinen Armen... und den Bildschirm vor meiner Nase. Ich meine, das ist Jahr 2038. Wenn wir da Bildschirme haben, die einfach so entstehen... da wäre ich voll, aber... Boah, das sieht cool aus. Beginne mit dem, wer Jay Brenning ist... und hack seine Pro-Line. Okay. Ähm, was brauchst du? Ich hab... Moment, ich bin gerade über... Ich sehe den Zug. Ich kann die Türen öffnen. Ähm, ich hab's Tempo. Was, 30, 40 kmh? Alter, mein Interesse. Ich hab Kameras sogar. Finde und hacke Jay Brenning. Das ist unsere Aufgabe. Äh, ich kann umfragen. Elektrisch, Nachricht, Pass... Oh, geil. Welchen brauchen wir? Wie heißt er? Äh, warte. Jay Brenning. Jay, mit J vorne? Ja. Oh, die sind nicht alphabetisch sortiert. Ah doch, jetzt. So, der hat wahrscheinlich einen Job... und Vorlieb. Oh Gott. Brenning hieß er, ne? Ja. Brenning... Ich hab nur ein Jakobus-Brenning. J, ne? Ich habe nur J. Brenning. Ah, okay. Wo haben wir ihn? Männlich. Ich hab seine IP-Adresse auf jeden. Ja gut, das sehe ich alles nicht. Ich sehe, wenn er nur... Im Wagen 2 ist er. Ich mach dir mal die Tür auf. Im Wagen 2 geht es wahrscheinlich danach. Genau, du darfst schon richtig. Ja, Wagen 2. Also, da soll ein J. Brenning drin sein. Ähm... Metro Mail Prime hat er und Church of Haven hat er als App drauf. Keine Ahnung, was ist das? Okay, gut. Das, ähm... Metro Rail... Was war's? Metro... Metro Rail Prime. Gut. Ähm... Kingdom of Souls spielt er? Nein, das ist er nicht. Was war's? Church of Haven. Church of Haven. Nope, nope. Nope. Geil, wie... Oh, Metro Rail Prime und Church of Haven. Genau, das ist es so. Welche Jobs und oder Vorlieben bei dir drinstehen? Nee, gar nichts. Ich hab nur seine IP. Aber das lass ich jetzt mal offen. Ich mach mal den Dateidecoder auf. Hier, Datei... Oh, Passwortbrecher. Warte, bis dein Partner den ersten Versuch unternehmt, die Schlüssel zu ermitteln. Okay, ich weiß... Ich weiß... Nicht... Ähm... Achso. Ich mach mal 1, 1, 0, 0. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Okay. Hab ich noch einfach irgendwas? Warte. Okay, versuch eins. Drei korrekte Ziffern, eine nicht korrekte Ziffern. Drei korrekte? Okay. Ähm... Wer kann ich dir wirklich nicht sagen? Drei korrekte, eine nicht korrekte. Auch, da steht nicht welcher Platz korrekt oder sonstiges, sondern wo korrekt. Nein, gar nichts. Wirklich nur das. Okay. Vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen. Drei korrekte. Dann mach ich mal so. Drei korrekte, zwei nicht. Okay, drei korrekte, zwei nicht. Nee, nee, zwei nicht. Äh, zwei richtig, zwei nicht. Okay. Dann ist das hier hinten auf jeden Fall mal eine 0, das letzte. Ähm. Immer noch selbe. Zwei falsch, zwei richtig. Okay, und am Anfang waren drei korrekte und eins falsch. Genau. Okay, dann sind die letzten zwei wahrscheinlich... Ähm... Null. Wieder das gleiche wahrscheinlich. Ah, zwei korrekte und zwei korrekte an falschen Positionen. Ich kann... Mehr kann ich dir nicht sagen. Äh, selbes. Zwei, zwei. Ähm. Korrekte und zwei an falschen Positionen. Dreh mal irgendein... Dreh mal irgendwas. Ja, hab ich schon. So, machen wir es mal so. Richtig! Der Brandon gehackt. Gut, ich hab keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Ich übertrage das Profil. Ja. Jetzt, dass du auf dem Chat zwischen Brain und Cypher spielst, find die Mühle, auf der sie die Hitler-Liste plant. Diese schwarze Liste befindet sich im System der Personen. Lade sie runter, wenn du soweit bist. Noch nicht, warte auf sichere Netzwerkszonen. Wie lautet die IP des Kuriers? Äh, okay, ich hab die verschlüsselte Datei. Die tue ich mir gerade... Was ist die Datei? Liegt hier gerade, glaub ich, eine? Ähm, okay, ich soll dir beim Entschlüsseln helfen? Mhm. Oh, nein, oh, oh, ich hab wieder weh. Okay, 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 okay. Okay. Oh, Gott, das müssen wir jetzt wieder vielmal machen. Nein, wenn das jetzt doch kommt... Das ist nicht mein Lieblingsspiel. Das ist nicht mein Lieblingsspiel. Oh, 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 oh! Oh, nein! Das letzte wird jetzt wieder so hart. Ja, wir müssen noch aushalten. Rechts, rechts, rechts. Runter, runter, runter. Oh, die Töne. First try, hey. Oh, die Datei erfolgreich. Okay, ich hab die IP. Jetzt muss ich wieder die... Mein Job ist erledigt, ich steige beim nächsten halt aus. Das ist Wagen 4, war das, ne? Achso, hier geht's zum Wagen 1. Hier, Wagen 3. Wir suchen eine im Wagen 4, die heißt Erment Eboy. Erment Eboy, und weiter? Äh, BIO, ja. Umfrage, Moment. Ja, mach mir vielleicht Wagen 4 auf. Bis zu Wagen 4. Äh... Hab ich? Ja. Und... Äh, warte, warte. Warte, warte. Er... Erment Eboy, er hat... Oh Gott, der hat Metro Line regular. Musikman, TV-Net und Church of Haven. Ein Stück. Okay. Ich hab irgendwie ne Umfrage, wenn du da was brauchst, wie würden sie die Überstunde im Juni bewerten? Äh... Bisher nicht. Ähm... Internet Musicman. So, äh... Metro Rail regular? Ne, ne? Doch. Musicman, TV-Net und Church of Haven? Genau die. Oder der. Männlich. Ist ein Mensch. Äh... Er ist nur ein Mensch. Doch. Ohhhh... Das ist gerade wieder aufgefloppt bei mir. Drei richtig, eine falsch. Was? Wie geht das bei dir eigentlich aus? Ich hab einfach nur 0,0,0. Wir mussten hier zahlen zwischen 1 und 0. Hier zahlen. Jetzt hab ich einfach nur 0,0,0 gemacht. Moment, warte, was? Wir sind von dem Virus. Ja, viel Spaß. Ich hab tausende Fenster. Virus analysieren. Ich hab Werbung. Ich mach gerade nicht. Oh, hier. See how. Oh, nee. Warte mal. Wir müssen das irgendwie gleichzeitig schließen, oder was? Oh, nee. Ich weiß nicht, was du brauchst. Ich mach einfach nur Fenster zu. Ja, das machen wir richtig. Konzentrier dich. Was zum Geier. Konzentrier dich, was? Beide Nutzer müssen dieselben Virenarten zugleich bereinigen. Okay, wir konzentrieren uns auf die Frau mit dem Fenster. Okay. Fenster, 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 Fenster. So. Okay, jetzt Brille. Okay. Brille, 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 Brille. Brille und jetzt das letzte, ne? Okay, ja. Das Fenster zu machen. Virus bereinigt. Virus bereinigt, genau. Nee, der Virus ist der letzte. Wir probieren das jetzt nochmal vorsichtig sein. Ja, super. Ja, super. Wahrscheinlich haben wir nur zwei Versuche dann. Ich habe etwas gesehen. Warte mal. Äh, warte mal, was? Brille, Brille. Was? Es gibt immer noch Verbindungsversuche mit einem Kurierter. Ja, aber gut. Ich gehe. Da kommt einer. Da kommt einer. Der kommt, der hat eine Erkennungs... Geh, geh zum Ende vom Wagen. Keine Ahnung. Ich bin ein bisschen. Okay, ich bin ein bisschen des Wagens. Der kommt jetzt durch die Tür. Ah, verdammt. Dich entschließen kann ich, Idiot. Okay, was? Siehst du den Typen, der da läuft? Ja, ja. Ich weiß nicht, was er macht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Geh zum Kurier. Ja, und jetzt? Du musst doch nicht. Okay. Okay, das haben wir verkackt, glaube ich. Nee, jetzt... Jetzt müssen wir nochmal ran. Wir können nochmal ran. Genau, geh einfach wieder ran und probier's mit der Passwort-Codierung. Weil der andere steigt jetzt aus und wir können noch vom Kurier. Drei richtig, eine falsch. Ähm... Next Station. Camp Spain. Drei richtig, eine falsch. Ich kann die Schwarze jetzt runterladen. Zwei an falscher Stelle. Drei an falscher Stelle. Da haben wir noch... Zweier an falscher Stelle. tried to message the Wie können die an falscher Stelle sein? Ich weiß es nicht. Immer noch zwei an falscher Stelle? Eine falsch. Immer noch eine falsch. Nein, das war... Immer noch eine falsch. 30 Sekunden. Immer noch eine falsch. Immer noch. Immer noch eine falsch. Richtig. Hammer. Okay, was kriege ich jetzt? Run. Was? Fange die schwarze... Ah, okay. Run. Ich fange die schwarze Liste ab. Los geht's. Er freut sich. Ich fange sie gerade ab. Oh, er schreibt, scheiße. Du bist inkompetent. Die Datei ist weg. Nimm zu, Mann. Auf der Fernseher hast du den Job nicht ordentlich. Du bist doch hier, dass ich halt... Fahr zur Helle. Verdammte Scheiße. Wenn ich mich hier nenne, kommt keiner ran. Was soll das heißen? Hallo? Oh, oh. Okay, wenn er nicht rankommt, kommt keiner ran. Er hat den Motor gestoppt. Oh Gott, wir fahren 200 kmh. Okay, ich muss wahrscheinlich ganz vorne jetzt. Geh mal vor, ja. Äh, Achtung. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Äh. Hallo? Darf ich? Laufen? Danke. Warum macht der eine Musik da? Äh, ich... Keine Ahnung, ey. 270,2. So. Äh, du musst wahrscheinlich zur Tür, bis ich was machen kann. Nein, ich habe keinen Zugriff auf diese... Elinktrische Union, zustimmen. Übertrage den an deinen Partner, mache ich gerade. Okay, was muss ich denn machen? Äh, oh Gott, ich habe Trennschalter. Ich habe hier BDB. BDB, 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 BDB. BDB. Achso, ich habe erst mal nur vorgelesen, was ich habe. Ich weiß doch nicht, was du siehst. Du sagst ehrlich. Ich kann die nur ausschalten. Ich habe Trennschalter und kann die jeweiligen Dinger ausschalten. Okay, ähm, dann ist es, ja... Äh... RTF-2. Soll ich die mal ziehen, dann? Ja. Äh, hä? Äh, jetzt zieh ich hier auf. Ja. Ähm, was? Anweisungen. Sicherheitssperre. Oh, cool. Sicherheitssperre, Anweisungen. Im Kühlmodul müssen von Zugführern frei gestaltet werden, um eingesetzt werden zu können. Bringe die Hebel in die angezeigte Position. Oh Gott, hast du zwei Hebel? Ja, ich habe zwei Hebel. Der linke davon auf 2 Uhr. Also, der zeigt von 2 Uhr auf direkt horizontal. Also 12 Uhr dann, oder was? Nein, nein, horizontal. Das ist 9 bis 3. Also 9 bis 3. Krühmodul freigeschaltet. Gut, okay. Lateralkompensator. Nur Bremsen. Wie viele Anzeige? 6 Krühmodul ein, okay. Hast du einen Lateralkompensator? Laderegulierer. Laderegulierer. Wir haben, gib die Station-ID ein. 2, 4, 6, 3. Oh Gott. Was haben wir denn? Wie viele Anzeigen leuchten? Zwei. Es leuchten zwei Anzeigen. Sie befinden sich links, rechts, oben? Unten. Unten. Verwende die Gesamtladung in Höhe von minus 4. Von minus 4. Okay. Anwenden. Okay. Jetzt habe ich hier den Lateralkompensator. Anzahl der Anschlüsse? Sehe ich. Achso. 3, 4, 4, 6. Die richtigen Anschlüsse. 4. Ja. Wenn es mehr als einen roten Anschluss gibt, aktiviere den letzten roten. Wie viele roten hast du? Es hat nur einen roten. Zwei schwester und ein weißes. Ist der letzte grün? Ne, der letzte ist weiß. Gibt es blaue? Nein. Wenn nicht, dann aktiviere den zweiten. Also den roten dann in dem Fall. Ja, okay. Und jetzt? Mehr habe ich nicht stehen. Wenn es mehr als einen roten Anschluss gibt, aktiviere den letzten. Haben wir nicht. Es gibt nur einen. Ah, wenn der letzte Anschluss nicht grün ist, aktiviere den ersten. Aha, okay. Das war... Ah, jetzt. Ich habe es falsch gelesen. Muss immer noch irgendwas. Wenn es einen blauen Anschluss gibt, aktiviere den grün. Wenn nicht, aktiviere den zweiten. Er kann nicht. Anweisung. Stell die Schieberegler nach der Farbe des aktivierten Anschlusses ein. Schwarz. Verziere bei 95%. Okay. Prüro, jetzt haben wir die Sicherungsbatterie, oder wie? Ja, genau. Ähm... Welche Komponente benötigst du? Ethylen-Carbon, Lithium-Ion... Lithium? Nein, es ist... Okay, in Reihenfolge einsetzen. Grün ist Reagenz. Okay, grün. Rot. Rot. Blau. Blau. Rot. Rot. Grün. Ich kann nicht mehr. Ähm... Ethylen-Carbonat. Status. Sauer, gesättigt, ätzend. Instabil. Eeeh... Hab ich nicht. Ethylen-Carbonat bist du. Ja. Okay, ja. Ich hab jetzt hier, nachdem ich alles gemacht hab, Stabilisierungs-Ach, Stabilisierungs-Set öffnen. Okay. Rückstände. Rückstände. Füge einen Tropfen Stabilisator hinzu, warte zwei Sekunden und füge dann einen zweiten Tropfen hinzu. Okay. Oho, ist das hektisch. Gut. Ähm... Weiter geht's. Äh... Ich glaube, grün war das letzte... Rot-Rot dann. Also. Ich weiß nicht, ob ich grün schon reingemacht hab. Ja, das ist die Frage. Da seh ich die Fehler-Nummer. Ich weiß nicht. Da oben. Mann! Guck hin! 4, 3, 7, 8. 4, 3, 7, 8. Äh... Ich hab'n Mann mit Ständer da. Der steht... Du siehst du... Äh... Viereck. Rechts unten geht ein Streifen weg. Da vorne! Ah! Jetzt ist hier was auf dir. Nee, das ist was anderes. Das ist... Ich hab' noch... Deine LR-Schlüssel. Oh. Ich kann uns verndeuten. Okay. Mann mit Ständer. Wie groß ist der Ständer? Größer wie sein Kopf. Größer wie sein Kopf. Das ist ne Aussage. Okay. Ja? Ich hab' den Schlüssel. Obwohl, da gibt's zwei größer als sein Kopf. Okay, er guckt nach links. Ähm... Rücken hat der... Wie groß sind seine Füße? Äh... Viel zu klein. Okay, dann ist das er. Gut. Was müssen wir jetzt machen? Dass die rein ist? Ich hab' keine Ahnung. Wird verarbeitet. Okay. 50, 60... Hallo! Wie geht's dir? Der Motor wird gekühlt. Darf ich jetzt Bremsen drücken, bitte? Weiß es nicht. Wir haben noch die Sicherungsballin. Nochmal. Lithium, Ione. Äh, warte mal. Sind wir dann beim... Kompan... Oh, äh, ne. Ähm... Aber linksklick, wie geht's dir? Sicherungsbatterien liegen... Lithium, Ione. Äh, blau, blau, grün, blau. Warte. Blau. 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 Grün, blau. Grün. Äh, Stabilisierungs-Set. Warte kurz. Ähm... Sauer. Sauer. Füge fünf Tropfen. Stabilisator innerhalb von zwei Sekunden hinzu. Okay. Ja. Äh, was war das letzte, was du eingeben hast? Grün, glaube ich. Äh... Mir geht's auch sehr gut. Äh... Blau, grün, rot, rot. Blau. Grün. Grün. Sieht gut aus. Rot. Nein, nein. Mir wird warm. Gut. Ähm... Jetzt haben wir hier nochmal den... Darf ich jetzt bremsen? ...Lateralkompensator. Oh, liegt der schon wieder. Sechs Stück. Wenn es keine grünen Anschlüsse gibt, aktiviere... Es gibt zwei grüne. Okay, wenn es mindestens zwei weiße... Einen weißen. Äh... Mindestens zwei. Okay, wenn es keine roten... Keine roten? Aktiviere anderenfalls den sechsten. Hä? Es gibt keine roten. Wenn es keine... Aktiviere den ersten blauen. Den ersten blauen? Okay. So, blau. Platziere den Schieberegler in die Mitte. Okay. Gut. Haben wir. Jetzt müssen wir... Noch eins. Laderegulierer nochmal. Zwei leuchten oben. Laderegulierer. Acht, sechs, zwei, sieben. Acht, sechs, sieben. Was haben wir? Zwei oben? Zwei oben. Minus zwei. Minus zwei. Ähm... Dann... Nein. Da. Da, genau. Minus zwei. Perfekt. Jetzt Bremsen drücken. Jetzt dürftest du, glaube ich, Bremsen drücken. Oh, ich darf Bremsen drücken. Notbremse. Bremsen aktivieren. Okay. Ich durfte Bremsen drücken. Ja, ich habe auch Bremsen gedrückt. Ah, okay. Guck. Ich durfte meine virtuelle Bremse drücken. Leider ein bisschen hektisch, das Spiel. Darum kann ich... Nicht mal gleich antworten. Oh, wie deine Impmantel. Oh, ist eine Agentin. Und er hat wahrscheinlich schon Leute erschossen und sitzt da im Mantel. Wir haben bisher noch keinen einzigen Menschen erschossen. Ja, aber er hat bestimmt. Oh, das Spiel ist cool. Das macht Bock. Das ist zwar hektisch wie Sau, aber macht Bock. Oh, ja. Digitaler Taufgang. Tango-Zentrale. Man muss jetzt beide halt aufhaben. Das war die volle... Richtig. Beim Wolfsbom-Mum, der spielt das ja mit mir als Hacker. Und da siehst du die Antwort-Perspektive auch, wenn du die noch sehen willst. Ähm... Lohnt sich, glaube ich. Weil wir manchmal gerne aneinander vorbeigeben. Aber sehr. Minimal. Oh, ich bin im VR. Voll geil. Passt doch. Ich hab keinen... Doch, ich hab einen Playstation mehr. Aber... Das haben sie nicht... Das wär so cool gewesen. Ja, nur manchmal. Stürf ich nur manchmal. Was hat sie geschrieben? Ich hab da einen Chat nicht auf. Manchmal, Fragezeichen. Ja, nur manchmal. Oh, oh, oh. Ich hab... Ich hab... Ich hab einen Darknet-Knopf. Darknet. IP-Adresse eingeben. Seh ich nicht. Seh ich nicht. So ging's die ganze Zeit schon. So, wie ich nicht. So, was brauchst du? Die IP-Adresse. Okay. Ähm... Unsere IP-Adresse. Ehrlich, ich hab nur einen... Einen Knopf. Okay, mach mal 222. Warte mal, ich hab mich kurz gedreht. 222. 24. 162. Aha. 183. Verabinde. Dein Partner. Ich sehe dich. Your partner just initiated the dive. Help him reach Slafer's server with... Oh, 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 oh. Scheiße, ich hab so einen AD-Dreck. Okay, was brauchst du? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, ich muss einfach hier gerade reagieren. Ich spiel hier... Wie heißt das Spiel, wo du den Dingern ausweichst? Ja, Frogger. Nee. Nee, Frogger ist was anderes. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ich muss sich irgendwas reparieren. Bevor er ankommt. Verbindung, Repair. Okay. Hm. So viel zur Reparierenden Funktionen. Eine. Ähm, weißt du irgendwie, welche Funktion... Emulate Signal. Emulate Signal? Okay. Reparieren. Ähm, tu so, als ob du ein Hacker bist. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Wo ist das? Also, ob du... Klick, klick, klick. Wir haben wieder... Voll gut. Ich sollte irgendwas eintippen. So geil. Äh, 48? Höchster Wert? Server und Mittelwert? Datenbank? Niedrigster Wert? Was zum fucking hell? Nächster Bereich. Proxy. Du kommst dann ein Proxy. Proxy, Mittelwert, Mittelwert. Dann geh ich mal auf den Mittelwert. Ja, ich hab oben stehen, äh, Proxy wäre der Mittelwert. Darum bin ich jetzt mal auf die Mittelwert-Schiene gegangen, weil ich hatte Werte stehen. Okay, jetzt muss ich wieder... Oh, die Werte, Kauers. So, ähm... Tracer nähert sich. Brauchst du irgendwie Akkreditierung oder so? Keine Ahnung, ich sammle hier gelbe Sachen ein. Ich auch. Hinter dir sind zwei Tracer. Ja, ich weiß. Achso, ich. Nähert sich und jetzt ist er... Achso. Aha. Repair. Der ist einfach durch mich durch. Ich repariere die Verbindung. Welche? Modulation Connection. Äh, Modulation Connection. Da. Modulate Connection oder so. Ah, so geht das. Ja, genau so. Ähm, welches? Reparieren. Datenbank ist der nächste Bereich. Datenbank niedriger wird, okay. Mainframe gehackt. Das ist ja wirklich kompliziert. Ich mach hier gerade hier, äh, F-Zero oder wieder Spiegel. Ich hab hier immer noch Akkreditierung. Äh, erforderlich hier, äh, 14K-ACC. Okay, hab ich. Oh, Gott sei Dank, da war ein Lasergitter vor meiner Nase. Ja, darum... Wenn du irgendwas brauchst. Äh, 39S-ACC. Ja, die ACC sind immer gleich. Okay, Tracer ist in der Mitte einer. Okay. Für den gelben Punkt, ich für den gelben Punkt. Die kann ich noch einsammeln. Okay. Äh, 76L-ACC. Okay. Jetzt kommt oben noch einer hinter dir. Einmal runter. Oben? Genau. Ja. Also oben ist bei mir links, ne? Achso, ich seh nur oben. Okay. Ja, ich hab links, rechts, Netzwerkabteilung. Welche bei euch als nächstes, weißt du schon? Ich seh hier nix. Nächster Bereich, Server. Server, höchster Wert. Bin ich schon drauf. Gut, jetzt geht's mal geradeaus. Ich seh halt nicht wirklich Spaß und Glück. Ich weiß nicht, was du siehst, aber... Das muss so kompliziert sein. Äh, ich seh... So, was brauchst du? Äh, vier Puzzleteile? Ich hab keine Ahnung. Äh. Äh, ach du Scheiße. Was? Ziel 4,8 Gigahertz. Ja, hab ich auch hier stehen, aber... Ähm... Oh, gut. Ah! Da waren die dabei. So, das kommt gleich nochmal. Äh, der Partner muss eine Staffel verbinden. Äh, ungültige Stapel-Sinko... Was, du Geier? Was, äh... Unten ist irgendwas. Ungültige Stapel-Reihenfolge. Ich... Weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ich auch nicht. Ich seh auch nur das Ding. Wen nicht verbinden? Äh, eins und fünf. Eins und fünf hab ich. Ja. Ich kann nix machen. Ich kann nur lenken. Kann nix ziehen. Kann ich was ziehen? Weiß es nicht. Kommst du auf den Einser hoch? Ich bin oben auf dem Einser. Echt nicht? Du bist bei mir auf dem Dreier. Bei mir ist irgendwas auf dem Vierer. Musst du vielleicht auf dem Vierer? Und ich muss auf dem Einser... Ich kann gar nix bewegen. Geh du mal auf dem... Ich kann nicht auf dem Vierer. Geh nur nochmal zweimal hoch. Zweimal hoch. Ich bin ganz oben. Dann geh mal zweimal runter. Oh, Zeit ist oben. Okay, wir lernen das. Du musst... Das wird schon. Ähm... Okay, wo? Äh, zweimal runter. Zweimal runter. Warte mal. Ähm... So und so. Ah, da. Du bist bei mir auf Vierer. Okay, du musst... Was? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Äh, du bist auf dem Vierer. Geh mal auf dem Einser. Ja, kann ich nicht so einfach, weil ich dann an dem Zweier vorbeikomme. So, wo muss ich jetzt hin? Äh... 2 ist links, 5 ist 5 ist rechts. Ich weiß nicht, ich sehe, das ist ganz komisch. Also, wohin soll ich? Geh mal hoch. Nee, runter. Zweimal. Nee, kann ich nicht. Das darf nicht mit 5 verbinden. Auf 2 dann? So, ich bin auf 2. Zeit ist um. Ich darf halt... Ich weiß nicht, wie ich mich bewegen soll. Ähm, welche Funktion? Router, Blocker und Scan-Network. Router, Blocker, okay. Okay, absendlich. Und welches noch? Scan-Network Force. Scan-Network Force. Ich kann halt echt nichts drücken bei dem Ding, Datenstapel. Ich habe einen, der linke ist auf 4, der rechte ist auf 2. So, wenn ich jetzt die 2 hier hoch mache, ist der rechte jetzt auf 1? Ja, aber wir brauchen ihn auf 4 unten. Okay, das heißt, hopp. Nee, jetzt wieder auf 1, da und... Und, ah, synchronisieren kann ich jetzt drücken. Danke. Sehr gut. Vorstehender Sicherheitsknoten. Okay. Ich verwirrt. Hui! Vorstehender. Wir werden Daten sammeln, alter Leute. Okay, Daten sammeln. Weiß nicht, ob ich irgendwas machen muss. Ja, äh, Hacking-Tool wird geladen, hab ich gerade. Ja, ich auch. Mal gucken, was kommt. Du so wie ein Hacker. Äh, warte. Hä? Was? Verbindung zum Partner. Dein Partner hat 20 Punkte, aber das reicht ja nicht. Du, äh, ähm... Was? Ich weiß nicht, was man machen muss. Ich nehm Datenwerk. Okay, dann mach ich weitere Daten. Beide? Oh, müssen wir drücken? Oh, wir müssen drücken. Was ist schon geil? Das ist für Bullshit. Wir müssen auf 200 kommen. Äh, Partner, kleinere Daten. Ich weiß nicht, ob du kleinere Daten willst. Ja, vielleicht du? Gebt ihr die mal kurz. Okay, geht's einfach nur. Äh, muss meine Maus sehen. Ich kann deine eh nicht anklicken, sehe ich gerade. Ah, du Arsch! Du machst meine Datenpakete kleiner. Du Arsch! Ich hab nur drauf gedrückt. Ihr habt's gleich. Und... Achso, ich durfte nichts mehr aufnehmen. Okay. Das ist mir doch scheißegal. Wir müssen einfach die 200 kommen. Gebt's mir einfach das mal. Machst du mir die Datenpakete kleiner? Natürlich. Warum auch nicht, ne? Hey. Drei Schritte noch zum Server. Äh... Was? Ich hab einen Smiley hier. Äh, was soll ich aufdecken? Welcher Smiley? Ich hab mehrere. Ich hab, ähm, den ganz breit kinsenden mit einer, ähm, Strichnase. 3838. 3838. Abgeschlossen. Cool. Ich bin zwei. Welcher? Ja, meinst du nicht? Ping anfordern. Was? Starten. Okay, nee. Noch ein bisschen weiter rechts. Ja, ich seh deinen Punkt, aber ich seh meinen nicht. Okay. Starten. Hier. Muss ich mir, glaub, sagen, oder? Ähm, ich... Ich... Ping, wenn dein... Starten. Jetzt. Äh, zu früh. Starten. Jetzt. Fuck. Du musst mir wirklich sagen, ich muss in dem Moment... Ich hab doch jetzt gehört. Starten. Jetzt. Ah. War, war okay. War im Bereich. Netzwerkteilung. Gut, Netzwerkteilung. Ich weiß nicht, was kommt. Proxy? Mittelwert. Okay. Dann gehen wir meiner links. Hier auf der Datenautobahn oder keine Ahnung, ey. Okay, es kommt gleich wieder was? Zweimal hintereinander, bitte was? 1,6. 1,6. 1,6. Ähm, plus minus? Plus, plus minus. 3,1, 3, äh, 7,1. 3,1, 7,1. Okay. Oh, das ist was hektisch. Verdatenautobahn. Das mitnehmen, das mitnehmen. Kommt das nächste. Gelben Punkte sind. Oh nein. Starten. Jetzt. Du hast schon früher geklickt. Ja, ich hatte Panik. Oh Gott. Äh, 3 ist links und du bist, äh, der erste ist auf 1. Du musst 2 runter mit dem Ding. Okay, warte kurz, ich mach das mal. So? Ja, Moment, ich muss meine Maus finden. Huah. Multitasking, ich bin scheiße da drin. Server? Okay, bin schon, war auf. Gut. Das ist ja pure Hektik hier. Ich war im Panik, ich hab wirklich... Tracer lehert sich in 11, 10. Ja, auf deiner Schiene ist der. Gut, ja, ja, ich wechsle sofort seitdem. Jetzt kommt noch ein Tracer auf deiner Schiene wieder. So, genau. Da hat er. Äh, der muss auf 2. Der muss auf 2. Von 5 auf 2. Von 5 auf 2. Äh, wechsel die... Ne, ja, bleib in der Mitte. Okay, bleib in der Mitte. Von 5 auf 2. So? Nein, der ist unten geblieben. Hä? 6,6. So. Äh, ja. 6,6. Jetzt, ah, Tracer. Ah, sorry. Ja, ich hab da... Es war jetzt alles irgendwie... Hoch, 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 hoch! Das ist noch ein Tracer. Reparier mal kurz, wenn du schon darfst. Okay, ich darf. Welchen haben wir? Ähm, eine... Nein, nein! Ah, Darkbank. Oh, Darkbank. Es kam jetzt erst rein. Äh, Pinroot. Passport through. Okay. Ja, mach wie ein Hacker, ne? Ja, ne, ne. Wo soll das abdrucker sein, Chip? Ist gut. Na gut. So, mal gucken, was kommt. Dann nähert sich, aber das ist ein Gelber. Ja, der ist genau auf deiner Schiene. Äh, Minus Plus. 9933. 9933. Oh. Ich wollte gerade sagen, du musst doch dem Auto vor dir ausweichen. Äh, 39S. 39S, okay, hoch. Äh, ich muss hier nach. Ah, vorher geh unten, genau. Ach, fuck, bin durch. Ich dachte, ich... Auch gleich in den Tracer, ey. Okay. Äh, 44. Also 4,4. Da irgendwo. Oh, 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 oh. 14K AC. 14K AC. Das ist genau durch den Tracer wieder, super. Ja, sorry. Bypass Transmission und Augment S-Signal. Erstmal Bypass. So, was war das andere? Augment S-Signal. Augment. In Klammern S-Signal. Okay. Oh Gott. Okay, starten. Jetzt. Diesmal kein Panik. Okay. Okay, sehr gut. Ich hab dir vertraut... Nee, ich darf auch nicht. Oh nein, jetzt müssen wir wieder Punkte sammeln. Oh Mann. So, diesmal schieb ich dir alles rein mit von wegen... Oh, ich mach die Datenpakete klar noch. Er schiebt mir alles rein, aha. Ja. Ich spiel dich wie eine Handpuppe. Huah, 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 huah. Ich hab' den Crew mitgeladen. So. 300 müssen wir. Datenwerte. Beide mehr Daten. Du? Werden schneller? Blaue Marker, also blaue Zeiger. Oh. Ja. Oh, danke, das hilft. Das hilft. Einfach mal reinklicken, was geht. Ach so, das ist schon vorbei. 169 nochmal. 69. So. Oh nein. Oh nein. Kann ich mich einfach in den Tod stürzen? Ich hab' zwei, die machen hier den Hin- und Her-Tango. Serverzugang? Ich weiß nicht, was du brauchst. Ich brauch' Serverzugang, das ist das einzige... Ja, ja. Ich steh' hier wieder auf den Brettern, die du mir malen musst. Musst du doch nicht, was genau da kommt. So. Also, die Sache ist die, die du gerade gemalt hast, die brauch' ich gleich. Und dann müssen wir ein Feld nach links wechseln. Und jetzt mal, 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 mal. Ah! Also, kurz gefasst, wir haben die zwei Felder in der Mitte, ne? Ja, die hier? Ja, genau. Und da sind jeweils die, äh, nochmal so Löscher, links und, äh, die hin und her fahren. Äh, du tust mir auf der rechten Seite, malst du mir vor, bis, mal, mal kurz ein Stück. Langsam. Bis dahin, genau. Bis dahin. Und dann muss ich nach links wechseln. Okay. Jetzt mal, mal, mal. Fuck. Ja, da kommt der Löscher, oder? Ne, ne, und jetzt nach links, nach links und gib Gas. Gott. Super. So, und jetzt haben wir hier einen Löscher direkt vor meiner Naht. Ey, ich muss kurz, ich will ihn löschen hier, so. Ähm, genau, der hat links, äh, genau. Mal einfach mal, sonst siehst du, wo der ist. Mal, mal kurz, äh, ne? Genau, da will ich hin, da will ich hin. Ne, da willst du nicht hin. Doch, da, wo du reingemalt hast, da will ich. Nein, da willst du nicht hin. Doch, weil ich an den Löscher vorbei muss. Ja, aber ich weiß nicht, ja, okay. Der Löscher ist die zwei, äh, Dinge, der... Ähm, der kommt jetzt gerade zurück zu dir, ne? Ja. Und jetzt mal, mal, mal. So, und dann musst du nach oben. Oh, ich seh's, okay. Äh, ja, der andere Löscher hätte mich nämlich da komplett ausradiert. Ähm, ja, okay. Jetzt nochmal, jetzt nochmal. Oh, es wird knapp. Oh, nein. Oh, da ist ein blaues Feld. Ja, ähm, machen wir mal. Ich weiß nicht, ob da irgendwas ist. Oh, äh, wir haben den, äh... Oh, ich hab jetzt Übersicht von oben. Äh. War ein Aufzug. Okay. Dann kommst du bestimmt hier raus oder so. Ich weiß nicht, wo du rauskommst. Äh, du hast den einen umgekastet, ne? Ja. Mach mal zwei nach links. Äh. Oder zwei nach unten. Okay. Ne, was ist das? Ist das unten? Ist bei mir unten, ja. Okay, dann rechts zwei. Da? Ja. Und jetzt ungefähr sieben nach, äh, oben. Warte, ich... Dann bräuchte ein paar... Genau. Äh. Weiter, weiter, stopp. Ich spring runter und lauf da rein. Okay. Jetzt bin ich woanders oben. Mal irgendwie mal. Siehst du ein großes... Die Tür? Okay, gut. Das sind drei Löcher. Das heißt, ich muss... Ähm... Warte, ich mach jetzt mal eins. Weißt du, wo die Tür ist? Ja, hier. Genau. Äh, ich würd mich hier... Also einen noch nach unten. Genau, und nimm mal die von der Tür weg, weil da muss ich ja rein nachher. Genau, auch den möchte ich haben. Den, den du gerade gemalt hast. Ja? Wenn ich jetzt sag, malst du einfach ne Linie gerade nach unten. Äh, nach rechts. Okay. Genau, die zwei kannst du noch haben, das ist okay. Äh, jetzt die oberen. Ach so. Und jetzt den Rest. Okay, jetzt gleich... Äh, okay, versuch was dann. Äh, wir müssen, glaub, außen rum arbeiten. Good job, you've reached Cypher's server. Now go down at Flayers and neutralize the core. Okay, also noch... Ich glaub, wir müssen ne Treppe malen. Weil die sind so... Also, was ist das doch hier? Genau, aber die kommen in so nem beschissenen Abstand. Ja. Dass ich das nicht... ...gelaufen bekomme. Ich... Ich... Ich seh halt nix, also... Ja, ich versuch das... Die kommen halt immer in so nem Abstand. Ich glaub, wir müssen ne Treppe malen. Also, geh mal zur Tür und mal auf der oberen Seite die zwei hin. Genau. Und dann hab ich das Gefühl, wir müssen da dann runtermalen. Ja, irgendwie so. Moment, ich probier's mal. Ach so. Hat funktionierend. Nice. Okay, cool. Best planned. Was siehst du? Oh, das sind die Ports. Ah. Okay. Nächster Schritt irgendwo hier. Netzwerk Ports. Genau. Aber müssen wir alle aufmachen? Ja, wir müssen, glaub, alle aufmachen. Wir fangen mit 2, 7, 3. Nein. Nein? Okay. 1, oben. Ganz hoch. 12 Uhr. Das da? Nein. Nach... Wenn du nach da guckst... Ist das dein? Nein, hinter dir. Das ist 12 Uhr. Ah, das ist 12 Uhr. Das ist 1. Ich weiß nicht, was... Ich hab hier noch irgendwas... Rosa, gelb, blau, grün. Ich hab nur gelb, grün, gelb. Äh, gelb, grün, gelb. Hä? Okay. Siehst du ne Karte? Wo ist die große Tür mit dem Schloss? Rechts. Rechts. Okay. Dann fangen wir doch direkt mit dem ersten Port an. 127 steht bei mir. Ich habe nichts zum Eingeben. Ich sehe nur 1 und 2. 12 Uhr ist 1 und weil links daneben ist, die 2. Okay. Dann probier mal rosa, gelb, rosa. Okay. Rosa, gelb, rosa. Nein. Du bist... Nein, an dem Falschen. Okay. Bin ich jetzt aber richtig? Ja. Okay. Das ist gelb, grün, gelb gewesen. Ja? Aber es ist nichts passiert. Oh, ich muss rein. Aha. Äh. Ah, fuck? Ja, es ginge jedem Tod die Schlüssel, so wie dein Partner dir das Timing vorgibt. Okay. Gut. Ich hüpfe jetzt nochmal rein. Ja. Und egal welchen Knopf, du drückst, mach dich bereit, gleich kommt's. Und jetzt. Egal welchen Knopf, okay. Du hast deinen Schlüssel ausgelassen. Also ich sehe wirklich nur einen Kasten, wo ein anderer Kasten durchfährt. Also... Ich sehe halt nur... Ich habe nur Farben da. Mhm. Rosa, gelb, blau, grün. Ah, dann, dann. Gelb. Irgendwas. Super. Irgendwas. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe die Farbe vergessen. Gelb, grün, gelb. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Okay. Gelb. Grün. Gelb. Ah, wir haben es richtig... Jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Okay. So, jetzt ist der Porten mit Gelb. Genau, und dann zwei links davon. Okay, der hier? Ist die zwei, genau. Oh Gott. Gelb, blau, rosa, gelb. Gelb, blau, rosa, gelb. Gelb. Blau. Rosa. Gelb. Alles gut. Ich hasse Timing. Entsperren. So, ich mache dir die Tür auf. Uh. Gehe durch die große Tür. Wieso, bist du der Hacker? Oh, scheiße. Ey, bin ich der Hacker? Serverknoten, okay. Ey, ich habe eine Wand. Oh nein. Nein. Okay, machen wir geradeaus? Ah, nein, noch nicht. Ich habe ja auch noch irgendwas mit Gateway, Serverknoten öffnen. Ja, genau. Ich brauche erforderliche Schlüssel zwei. Ich kann nur laufen. Ähm. Okay. Du siehst die Schlüssel also noch nicht. Äh, noch nicht. Ich habe, äh. Ah, genau. Moment. Jetzt nach links, nach links, nach links. Oh, da kommt die Wand. Oh. Das war nicht links, das war mein links, das ist dein rechts. Okay, dann weiß ich das. Okay, wir machen es jetzt, äh, wir machen es jetzt gleich nochmal so. Da ist die Wand jetzt im Weg. Moment. Moment. Und dann rechts davon, bitte. Genau. Bis zum Ende. Jetzt, okay. Ich habe nur oben oder unten eigentlich. Da oben. Hm. Ach so. Äh. Äh. Ich sehe einen Schlüssel. Siehst du mich? Ich sehe dich. Okay. Da ist aber nur ein Schlüssellock. Ja, bei mir ist da hinten ein Schlüssel. Hier. Genau, da hinten will ich hin. Äh, da drehen sich um die zwei Vierecke, drehen sich Löscher. Äh, bitte nach da, wo ich jetzt hingucke. Bitte, schnell. Nach da, wo ich hingucke. Ich weiß doch nicht, wo du hingucke. Gut, okay. Ach so. Jetzt wieder geradeaus. Ich habe dich nur als Punkt. Statt dann auch. Oh, da kommt eine Wand. Komm zurück da. Da kommt er ja nicht rein. So. Was heißt, äh, Wand her? Oh nein. Ah. Ich wollte jetzt dich extra nach oben leiten. Da hat sich ein Löscher in die Wand verwandelt. License to kill habe ich bekommen. Dankeschön. Oh, hier kommt... Nee, die Wand kommt im Moment. Ah. Und der Löscher. So. So, und jetzt, ähm, bitte auf die andere Seite. Der Wand, bitte. Schnell, schnell, schnell. Das sind zwei... Ah, ah, ah. Ja, auf die andere Seite. Du musst schon zahlen. Ganz aufgehend. Ja, ganz aufgehend. Ich weiß noch nicht, wo du hin willst. Ich weiß nicht, wie ich es dir beschreiben. Mal, los. Los, hier, komm, geh da rüber. Nein, da kommt Löscher. Okay, aber wir machen es jetzt nach da. So, jetzt. Okay, jetzt. Andere Seite, schnell. Oh, da kommt der andere Löscher. Und ich schaff's nicht. Nein. Wir gehen geradeaus und wechseln in der Mitte durch. Oh. So. So, hopp, hier komm. So, ich glaub, hier haben wir erst mal ein bisschen Ruhe. Äh, genau. Los, weiter, 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 weiter. Ja, wir haben mal ein bisschen Ruhe. Warte, 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 warte. Äh, wir müssen wir nicht. Was? Wir müssen jetzt. Ach so. Hä? Ja, weil da ist eine Wand, die bewegt sich, die bewegt sich nicht. Die ist einfach am Weg. Okay, und hier runter kommst du rein? Genau, da, da muss ich lang. Äh, jetzt, genau. Warte, da kommt nochmal ein Löscher. Jetzt. Okay, so, äh, siehst du dieses andere Viererfeld, was theoretisch... Neben dir? Äh, ja. Da will ich hin. Äh, warte, da kommt ein Löscher. Hier ist so viel, hier ist eine Wand, da ist ein Löscher, da ist, äh. Super. So. Ah, die Wand, die Wand, die Wand. Oh. Okay, los. Äh, w-was los? Ich muss den Schlüssel. Okay, jetzt. Ich will. Los. Ja, nein. Ah, die auf dem Schlüssel, nein. Echt? Also, du hast ihn noch mitgenommen. Oh, ja, nein. Nein. Auf zum Aufzug. Das ist so schlecht zu erklären. Weil ich weiß nicht, was da in oben ist, ich weiß nicht, was da in... Ey, fuck you, ich muss da durchfallen. Weiß mich mal wo. Du musst schon was sagen, Mensch. Ja, ich muss dir da durchfallen und... Ja, ich muss dir den Serverknoten öffnen. Oh, okay. Gut zu wissen. Äh, ich stehe vor der Tür. Tja. Da stehst du richtig. Moment, vor ein zweiter Degen wieder. Okay. Wir haben... Rosa, blau, blau. Rosa, blau. Rosa, blau, blau. Rosa, blau. Okay. Das war knapp. Das letzte Rosa war knapp. Ich wusste nicht, dass da mal... Da hast du recht, Steffi. Was? Gut. Okay, ich stehe vor dem, den wir gerade gemacht haben. Ja, zwei Links daneben. War schon wieder. Sitz mal. Aber das wird dir nicht gefallen. Oh nein. Rosa. Ja? Gelb, grün, blau, blau, grün, gelb, rosa. Du merkst dir das schon. Ich drücke. Also, rosa, gelb, grün, blau, blau, grün, gelb, rosa. Das ist fast... Das ist ein fucking Palindrom. Das kriegen wir hin. Wir müssen uns nur die Hälfte merken, umdrehen und das... Rosa, gelb, grün, blau. Äh, rosa, gelb, grün, blau, blau, grün, gelb, rosa. Oh, Gott sei Dank. Oh! Kannst du mir jetzt die Tür aufmachen oder müssen wir nochmal? Nee. Machen wir die scheiß Tür auf, ey. Oh! Ich krieg vom Lachen gleich Hyperventilation. Äh, Cypher-Server. Oh, das sieht gut aus. Oh, Mann. Power Cell. So. Power Cell 1, betriebsbereit. Ja, ich hab 1... Oh, zum Deaktivieren drücken. Ich mach die 1 mal aus. Okay, jetzt seh ich Power Cell 1 deaktiviert. Muss, glaub ich, alle ausmachen. Und löschen. Ich hab die... Jetzt hab ich die US vorgemacht. Vorsicht ist geboten. Gesamte Software und Daten auf Server lassen. Gleichzeitige Aktivierung. Ähm, okay. Ich drücke? Wie viel ist denn gleichzeitige Verhandlung? Nein. Warte kurz. Was? Handlung deines Partners erforderlich. Okay. 3, 2, 1, jetzt. Muss halten, was. 1, 2, 3. Okay. Okay. 1, 2, 3. Nee, du musst mich halten, oder? Okay. Ja, genau, so ein fancy Bart wie ich. Wahrscheinlich, der Typ. Warum hat der da so ne, so ne... Das könnte ich aber... Ist der Plotwist dann am Ende? Das ist dein Vater. So. Wollt schon immer mal nach Argentinien. Nimm ein bisschen Abstand, Mikrofon. Danke. Oh, wir haben ja ein Bild von ihm. Ein Spitzperr, Mikrofon. Oh, Umbrella. Under my Umbrella. Ella. Ella. Ich bin zu langsam, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, cool. Was ist das denn? Ich verstehe das nicht so ganz. Ist das Spielprobleme mit Reflexion? Oh, was hab ich denn da gemacht? Ich kann mir selbst vorstellen, wie das wirkt in dem Moment, ja. Damit keiner sich wie viel Schaden gemacht hat. Genau. Stell raus. Wie viel Schaden hab ich gemacht? Die Party. Ich hab ganz viel. Oh, ne, und du hast das ganze... Oh nein, Stream, ey. Ah, da sind nur zwei Leute drin. Okay, das ist komisch. Aber warte. Okay. 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 So, ich weiß, wie viel Schaden hat, wie viel Schaden hat. Nein, ich muss nachmahnen. Unfair. Oh, nein. Wenn die alle was essen, sind die Potsche. Stark. Oh, Mann. Was war das denn bitte für ein Theater, ey? Sei froh, dass du noch am Leben bist. Ich weiß nicht, wie ich's... Hör du auf, Katja. Ich meine, ich... Das war knapp. Die Naht her weg. Was war das denn? Also, ja. Ja, ich habe countlessFraktion es vielleicht nicht gesehen, aber auch dieёл monitoredale Funk macht ein Fasch von Professoren. Ja, ich mache jetzt nichts mehr. Das war auch Chancellor. Die Stellung Vielen Dank. Vielen Dank.